Das ist von Tissi Walli aus der Boutique Ola Lausso, der Stab aus Schatz 576 in Köln und weiter. So, heute haben wir jetzt ja neue Ware bekommen und dann fangen wir hier mal mit dem Bluschen an. Viele kennen mich schon, aber wir haben die jetzt nochmal praktisch etwas mehr aufgenommen, weil die Blusen sehr schön leicht sind, eine super Qualität ist und hier auch sehr beliebt ist. Ja, diese Bluse ist auch von 19,50 Euro auf 16,50 Euro reduziert mit der super schönen Kette drauf. Wie eine Seite wird sie gebunden, die hat auch einen super Fall. Passend dazu kann man diese super fließende Hose drauf anziehen, von 24,50 Euro auf 19,50 Euro, sorry. Und wie ihr seht, sieht das zusammen klasse aus. Und der Vorteil auch bei den Sachen, für den Urlauber, man kann die richtig ganz toll knuddeln, in den engsten Raum vom Koffer rein tun und die Hose fällt hier immer wieder so raus. Also das heißt, man braucht für diese Blusen, das gleiche gilt auch hier für diese Blusen. Ja, diese Blusen gibt es auch nochmal in der Farbe Gelb. Man kann, passt sie zu, diese Hose, die ist jetzt auch 39,29 Euro, das ist eine super Stopp-Hose. Sieht auch sehr frisch aus, mit den Blusen, das sich auch nochmal wiederholt. Oder einfach mal für eine kleine Hose, mal in der Farbe Blusen, haben wir das kleine da. Auch in Orange, diese Farbe, die ist ja jetzt dieses Jahr richtig aktuell. Dazu haben wir auch diese Superhose, die ist auch etwas satiniert, die ist auch in Orange, 30,29 Euro und wenn ihr das zusammen so anders schaut, sieht das echt klasse aus. Gibt es natürlich auch in unserer Superfarbe Pink. Diese kommt 16 Euro, die ist etwas kürzer geschnitten. Dann auch wieder 17,50 Euro, hat auch die Bluse in der Farbe Blau, ist auch sehr schönes frische Blau. Passe ich dazu, auch wieder von 18,50 Euro zu 19,50 Euro, diese super tolle Hose, die auch sehr oben rumgezogen ist. Ist eine Einheitsgröße und die kann ganz gut tragen, es kommt der LXL und Größe S an. Wie ihr seht, sieht das auch Ton in Ton, auch immer super schick aus. Hier beim Gucci-Grün haben wir auch diese tolle Bluse. So wie auch nochmal die Hose von 24,50 Euro auf 19,90 Euro. Kann man auch so tragen, man muss ja nicht immer Ton in Ton. Sondern man kann auch ohne weiteres mal eine ausgewählte, dritte Farbe braucht haben. Dann haben wir auch die Hose von der Farbe Roller an. Also wie ihr seht, sind wir jetzt mal richtig schön farblich ausgewählt. Dazu zu 19,90 Euro, Endpreis von der 20,50 Euro, dieses tolle Zweiteiler. Sieht auch klasse aus. Oder einfach mal ein Line-Shirt für 18 Euro. Von 22,50 Euro passend zu dieser Karamellfarbenhose. Kann man auch mal so tragen. Dann haben wir auch nochmal die Farbe Rose von 39,20 Euro. Dazu passend für 18 Euro. Diese zweite Rose. Also wie ihr seht, haben wir richtig tolle Sachen, die auch super auch zusammen passen. So sind wir auch mit schwarz, darf hier auch nicht fehlen. Mit runter kann man auch wieder ein Line-Tolls auftragen. Das haben wir schon gesehen. Ja, dann haben wir nochmal für euch dieses super tolle Shirt. Das ist auch auf viele Hosenfassen wie auch diese. Vielleicht auch auf diese Kloch-Hosen. Das Oberteil von 15 Euro. Das ist jetzt auch reduziert. Was haben wir mit dem Hex? Ja, und jetzt haben wir auch hier für euch ganz süße Shorts. Passend zu den Shorts. Die Shorts sind jetzt auch von 19,50 Euro auf 16 Euro. Und dazu diese super tolle Bluse. Die ist von 24,50 Euro auf 19,50 Euro. Passt auch sehr hübsch auf die Shorts drauf. Kann man natürlich auch auf Bröcke oder andere Weißbeteilung haben. Aber schön, da gibt es auch ganz gut. Gibt es auch nochmal in der Farbe Grün. Das ganz süße ist hier dieser berühmten Ärmel. Und es ist eine Naturfaser und man braucht es nicht zu bückeln. Gibt es auch in der Farbe Weiß. Das wird schön gequasht. Und das für 19 Euro. Das machen wir gleich. Ja, dann haben wir auch noch frische Flüsschen reinbekommen. Die könnt ihr so haben. Die Kramen tragen einfach so ein bisschen schulterfrei. Die sind auch in 24,50 Euro auf 19,90 Euro. Die Farbe Hose. Die haben ein ganzes Teil dazu. Die haben wir jetzt auch herbekommen. Diese Röcke, das sind Elastanröcke. Auch diese Schockhose, das Material. Super Material. Sehr hautfreundlich. Man kann die auch sehr bequem, also die spürt man auch nicht. Das ist der Blickpunkt über die Tasche. Dieser super schöne Stern. Und dann, dass dieser aus Taschstammchen steht. Und dazu kann man jetzt ohne weiteres auch mal so eine Bluse rein. Zweck auch drüber tragen. Wenn man das halt hier rein, schafft die dann etwas drüber. Die Bluse ist jetzt auch in der Farbe Pink. Die 1990. Ist auch eine Einheitsgröße. In Blau. Das sieht die Säbfette auch ganz gut aus. In Grün. So, zwölgrün. So wie auch noch mal in der Farbe Beige. Dann haben wir die Röcke, wie ich eben schon gesehen, in Weiß. Hier vorne auch noch mal Taschen drin. Das ist auch ein Gelastan. Also natürlich super bequem. Die werden auch drüben gebunden. Mit die Shorts und auch mit dieser Jacosen. In der Farbe Orange. Was natürlich auch in der Farbe. Kann man auch von weiteres auch diese Bluse wieder drauf tragen. Die sieht auch super schön aus. In der Farbe Pink. Das ist immer wieder unser Hingucker. Der super Stern. Also das macht wirklich viel aus. Ab zum Grün. Und das auch für 19,90 Euro, wenn man bedenkt. Super Preis für ein super Rock. Die Kaki. Wird die schöne sportliche Farbe auch. Im Weg. So wie auch in der Farbe Schwarz. Die Kaki. Vank. Das ist auch wirklich schön.